Ich habe das in bestimmten Momenten immer so, wenn ich merke, dass mir eine Gefahr droht hat, gehe ich der Gefahr aus dem Weg. Und wenn ich merke, manche Leute sind da so, sie gehen der Gefahr entgegen, oder wie ich sagen wir mal mit dem Gewitter vergleichsweise, sie gehen in das Gewitter rein und ziehen die Gefahr an, ich stoße sie ab wie ein Magnet. Und zwar sagen wir mal so, wenn ich jetzt, das habe ich übrigens an der WG gemerkt, wo einer den ganzen Halbstagen rangeholt hatte, die haben bei mir geklingelt, da habe ich die Klingel beiseite gestellt und das Licht einfach überall ausgemacht. Und dann habe ich getan, als wäre ich nicht da. Das wäre nämlich das Beste, dass ich gesagt habe, meine Lieblingsfarbe ist eigentlich transparent. Merkt man auch, irgendeiner erzählt sowas als Quatsch, weil ich habe schon mal Bienenleber gegessen. Ich sage, das ist noch gar nichts, sage ich. Ich habe schon mal eine unsichtbare Leberwurst gegessen. Ja, die gibt aber nicht. Deswegen sage ich, das ist ja die Kunst, die ist auch unsichtbar. Oh, so eine Farbe braucht man. Okay, ein bisschen Geld. Ich kann doch mal das reinnehmen. Geht nicht nur. Nee, ich weiß jetzt nicht mehr, wie Herr. Undだから du mal auf dem. Mais hier hat man das Geld. Vielen Dank. Ich sage mal, das Leben ist wie so eine Wanderschaft und irgendwann ist diese Reise vorbei und dann trittst du die nächste an. Und dann will ich ja alles versucht haben in meinem Leben, weil so viele Fragen offen stehen, bevor der Mensch ihm geht. Ne? 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Applaus Stopp! Stopp! Look at you in the mirror. Everybody stop! Schnell, schnell! Ganz schnell! Schneller everybody! Und alle etwas schneller! Oh! Ah! 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 Und gut. Dankeschön. 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 Dankeschön.